Hör bitte auf! Hör mit ihm! Tu ihm nicht weh! Hörst du das, Fratzke? Sie weiß, wer der Beste ist! Hör auf! Hör bitte auf! Tim! Glaubst du, du wirst geachtet, weil du ein hilfloses Mädchen entführt hast und als Geisel festhältst und sie als Schild benutzt, um dich vor mir zu schützen? Hör ich da Angst in deiner Stimme? Keine Sorge, es wird nicht lange dauern! Hör! Hör! Hast es geschafft! Befreie mich jetzt! Hast zur Hölle! Bis zum nächsten Mal.